Was stört auf dem Fußballplatz? Das Faultier. Nachricht an den Typen, der mir meine Daunenjacke gestohlen hat. Du kannst dich warm anziehen. Ich habe neulich einen Mikrobiologen getroffen. Er war größer als ich dachte. Mann zum Metzger. Ich hätte gerne Stierhoden. Der erwidert, ich auch. Was ist grau und kann nicht fliegen? Eine zu fette Taube. Warum musste der Bäcker ins Gefängnis? Er hat zu viele Eier geschlagen. Warum bauen Gärtner so viele Unfälle? Sie wollen die ganze Zeit rasen. Beim Arzt. Hallo Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Frau Müller. Ganz gut. Arzt. Der Nächste bitte. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine. Was ist das Wichtigste bei einem Schweißausbruch? Der Buchstabe W.